hallo grüß euch so piccoli sechst du vorn pika hallo komm her schatzi komm her jo jetzt war es ja nicht so unterwegs das heißt die pika oder neues geschirr und da sechst du eine schöne gegend jetzt ist drei vier fünfe in der vier stunde ist total finster schaut euch das war ist es ein schönes bilder ist das schön war mir mal eine schöne gegend wir haben so mitte november und 16 war schön ist das pika schöne gegend haben nicht groß essen schatzi nicht groß ist so ich wünsche euch alles gute wenn es gesund hat schatz das wieder entschuldigung wenn es grau gesagt bitte schatz dass wieder gesund wird ja das ist sehr wichtig gesund werden ist sehr sehr wichtig sagt der lehrer zum hansi hansi kannst du mir einen kannst du mir einen propheten so einen dichter von damals und der hansi sagt ja achilles sagt der lehrer achilles ist ja kein dichter gewesen dann haben sie ein paar die fersen eingeschossen ja genau der lehrer der hat es mit die fersen mit die fersen so geben wir wieder pika pika tut lulu so jetzt gehen wir wieder ja jetzt gehen wir wieder jetzt ist unten dort ein silo und muss auch das geht schaut so eine links so wie jetzt genau und rechts bleibt bei mir schaut und sind sie passiert genau und dort die kür futtern mit den silo geschaut sich mal die pika die pika schau jetzt bist du liebe ja hallo hallo mein süße ja sondern die pika und ich wünsche euch jetzt noch alles gute gesundheit wenn sie krank seid und schaut dass keine depressionen kriegt wenn sie jetzt wieder finster wird für aussie gehen ja jetzt für aussie 60 schaust wie die natur schieß ja aussiege ja das ist wichtig für aussiege da wünsche ich alles gute macht es gut bis zum nächsten mal für teich papa